Ihr, meine lieben Kotscheware, der Herr Forra, Inscher Forra, hat mir geschaut, dass ich die Schöne Kotscheware lesen. Oder lesen, der BZH. Ich will es probieren, da habe ich es vielleicht, wie ich das vielleicht hintergereiht habe, ich oder Leute, ob es wichtig ist, dass wir mit diesen Gedanken dabei schreiben. Es ist aus dem Buch Exodus. Das ist kein Dänder geworden in den Tugend und die Israeliten unter Bar geschenkt waren, aber es hat ihnen schon zu lange gedauert. Und es hat ihnen auch Steu noch in die Wüste geworfen, und es hat uns unheben zu bergessen, kein Bus hat das für Wirra, in Moses und Aaron. Und es war aber durch in Ägypten geblieben und es war aber heimtage gestorben. Aber sie haben ausglauben gehört, wir waren vielleicht an einem Häfenlein mit Wöln, mit Birsten gestorben und Brot hätte aber auch genug gehört. Ihr, Mander, ihr habt euch leider gefeiert in dieser Wüste, dass alle, wo ihr habt, behungern wird, schlugt ihr derkeit. Tut sich der Herr ingemischert, der Herr hat gescheuert zu Moses. Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Und er hat weitergescheuert, dass er gleich schlugt ihr den, kein Schuhwosch, ein Schuhwosch, was wir auf Leuchten essen haben. Und in der Früh wird er schlugt sein, weil der Brot genug wird haben. Und er wird draufkamen alle miteinander, dass ich, euer Gott, euer Herr bin. Ja, und bis er der Schuhwosch geruhten ist, hat er an der Wegelein kam, der Brottenkeit, und zu Rundscheiben, um eine Zelt, wo er Israeliten gehabt hat, zu Rundscheiben, haben sie gelogen, die Wegelein. Und in der Früh, wie er hat er der Schöne aufgeschwommen, ist er wie Tag geworden, ein Schandertag, zu Rundscheiben, um jedes Zelt immer. Und dort, wie er der Schöne stärker ist geworden, hat er an die Israeliten geschagen, kein Haschabag du, Hansche, kein du auf dem Boden, du lüge dir etwas, ja, kein Schöne was weintes. Und wenn man da in die Israeliten sagt, ich glaube, dass die nicht schüren Krüsten. Wein, Wein, wie der Reif auf der Erde. Und dann schäu, zu einer, zu einem, der Mann geschaut, kein Bus ist das da? Schäu, wenn du weggebeißt, das muss es gewonnen ist. Und dort, der Mose zu ihm geschaut hat, das schäuert das Brot, dass der Herr, unser Gott, ein, ich, alle miteinander sind, außen geht. Ich beitere die Worte von der ersten Lesung in Götzschnung. Stamm, Stamm, Götzschtu– Untertitelung des ZDF, 2020